hallo und herzlich willkommen zu marco klein zu marcus klein moviewelt heute stelle ich euch das steelbook wolguyen den weg des kriegers vor das steelbook ist in silber der aufdruck ist in schwarz haben wir das deck paper kurze angaben zum film er eine lauflänge von 128 minuten deutsch englisch wir machen eben ab hier haben wir das den hinter druck der mir auch richtig gut gefällt so wie das steelbook von der seite aus werden hinein werbung damit in druck der gefällt mir auch gut da ist der wohlgewin der druck von der blu-ray gefällt mir auch gut das ja auf der normalen dvd und bluberg auch drauf vorne ist auf dem cover da haben wir den an die andere seite ist gefällt mir richtig gut es gibt ja nicht viel zu sagen es wurde auf das video worte der film wort ja schon das eine oder andere hier vorgestellt die einen mögen ihn die anderen mögen ihn nicht aber geschmecker lässt sich ja bescheidlich streiten jeder hat eine andere ansicht von dem film das deckblatt das packe ich mir immer hier mit rein so das war das kleine video zu wogin bis zum nächsten mal tschüss